Ich bin hier an einem traurigen Ort, Mülldorf am Friedhof. Ja, weil ein lieber, guter Freund von mir ist gestorben. Mein Zahnarzt, Siegelsgans Gensbächler aus Mülldorf. Und ich hoffe, dass im Friedhof heute, am Sonntag, mit viel los ist. Es war ein guter Mensch. Ich war schon hier das erste Mal, vor zwei Wochen, glaube ich. Und da hätte ich ihn fast von alleine gefunden. Da habe ich noch einen, einen gefragt hier, wo er ist. Und die Richtung bin ich gegangen, das stimmt. Hier im Friedhof vom Mülldorf. Ich weiß nicht, wie viele Friedhöfe es hier gibt, aber das ist hier die Richtung von, da wo das Globus ist. Das Globus. Schöner Friedhof. Sehr schöner Friedhof. Italiano del Monto. Er war ein guter Mensch, mein Zahnarzt. Warum der liebe Herrgott, sich immer noch ein guter Mensch aussucht, das verstehe ich auch nicht. Ich verstehe das nicht. Ich konnte den Grab von alleine auch nicht finden. Wisst ihr warum? Darum schaut mal. War total verdeckt hier. Der ganze Nama war verdeckt. Der ganze Nama war verdeckt. Der ganze Nama war verdammt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war ein guter Mensch. Also von meiner Zahnarztzeit, wie lange habe ich ihn gehabt? 2003 oder 2004? Also auf jeden Fall. Ein guter. Jung. Ein Jahr jünger als ich. Okay. Okay. Okay.